Herzlich willkommen zu Let's Play Doom Eternal, zur letzten Aufnahme zu diesem Spiel hier. Und das am 8. März 2020. Ja, wir werden heute das Finale vom Spiel spielen, weil es kommen jetzt nur noch die Kahn-Maker und Icon of Sin und dann ist das Spiel geschafft. Ja, und wenn das Ganze gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lest, ein Abo als Unterstützung und eure Meinung. Los geht's! Ich weiß jetzt, wie die geht. Will ich nie? Ja, so! Komm, erstmal die Chill-Schwächen, danke, danke. Hallo? So, wechseln. Genau so macht man das. Ja, ich wusste das vorher nicht, aber jetzt weiß ich es. So kann ich sie nämlich auch besiegen. So, jetzt werde ich dich besiegen, du Stück Scheiße. Geh's mir ja schon. Jetzt hab ich genug Leben. Alter, was? Ähm, ja. Hallo? Hallo? Jetzt hol ich mir erstmal Mutition. Ich geh mal wieder. Ja, schon. Ja, schon. Halt doch deine dumme Klappe. Ich weiß ja, wie du funktionierst. Ähm, hier. Warum schubst du mich? Äh? Mann. Ich brauch Munition, Alter. Oh yeah. Immer die BFG mitgenommen. BFG Munition. Mann, ich hab sie einmal getroffen. So, das zweites Mal. Wunderbar. Noch vier Mal und dann ist sie down. Ich weiß, wie mir geht. Das ist sehr easy. So, jetzt brauch ich aber Mutti. Der wäre sehr gut. Jetzt bin ich im Arsch. Im Argen bin ich. Oh, Wurstung. Ich bin nicht gerne. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. So. Noch dreimal. Die ist echt wirklich easy. Kann man nicht anders sagen. Wie viel hat die ja nicht mehr. Ähm, ne Motet. Ähm, ja. Oh, das ist ein Mann. Man muss. Jetzt bräuchten wir mal wieder um die Mission Alter, ich versteh nicht da runter Was ist für ne Kacke Und langsam bräuchte ich mal doch Munition Wär schon nicht schlecht mal So ich sammle die jetzt mal hier Ach komm ey, Karmaker Ah hier Oh, dann werde ich jetzt attackieren Hoch Oh, noch einmal Und dann habe ich sie Einmal noch und dann müssen sie da unten Juhu Dann habe ich sie besiegt Wunderschön Was ist aber Munition? Ich bin echt im Arsch Ja, nehmen wir die Ja, das war's Ja, das war's Du hast alles zerstört Was ich belaschen sollte Und das nur und sie zum Erschutz Die bloßen Die nah unseres Glaubens Du hast das eilige Siegel von Oedic gebrochen All deine Verfehlungen All deine Verfehlungen Setz die gesamte Schöpfer Aufs Meer Einmal sie denn weiter All clear Ich glaube, ich habe soweit nicht... Ah, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt. Final Sin. Es wird unten uns... Wandi und er wird... das Böse von... Ah, okay. Oh, das wird jetzt, glaube ich, das finale Level. Glaube ich mal. Ja, auf jeden Fall, wir haben sie besiegt. Wir sind endlich weiter. Es ist schön, ey. Ich muss das nicht mehr machen, aber irgendwann mal privat. Noch mal. Jetzt weiß ich, wie es dir geht. Töte das Icon of Sin. Also, hier gibt es nur... Okay. Cool, noch ein einstelliges Level zum Schluss. Der Doom Marine kann sie nicht retten. Niemand kann sie retten. Wie komme ich da rein? Ah, hier. Schon gefunden. Da hoch. Gehen wir mal hier hin. Was uns nicht umbringt, ist schwach. Gut, machen wir das mal. Auf uns gefechten. Okay. Okay. Und tschüss. Fuck. Ja, ey. Dass das echt nochmal ein eigenständiges Will ist. Finde ich cool. Oh, was ist denn? So, Paketenwerfer. Wie sie qualvoll noch gelitten hat, die Kahn-Maker. Ja. Ich hab sie aber geschlagen. Die war doch leichter, als ich dachte. Gut, dass ich Leben gefarmt hab. Ja. Was ja auch sehr viel war eigentlich. Oh, fuck. Ich hab den Leben verloren. Zack. Das ist aber dringend ne Idee. So, wie ist das hier. Komm, stirb. Oh, er ist tot. Okay. Icon of Sin. Das ist wirklich einfach. Jetzt kommen die Dämonen hier aber langsam mal auf den Senkel Und zack So, schön, abgeschliffst Zersiegt, genau so muss es sein Wie fühlst du denn das hier? Oh, das Schwert Da habe ich ja auch immer noch das Schmerztiegel Oh yeah, jetzt bist du dran Die Drecksau Und nicht nur du Du warst ja der Dummer am Anfang als Boss Ja, komm Ich habe nicht gedacht, dass es jetzt hier noch echt ein bisschen länger geht Ah, tot Ach, von Bogen Das Stück doch mal Was ist denn das hier? Wahnsinn So, pro Waffenproblem Fünf reicht das? Ne, noch nicht ganz Ich muss mal nachgehen Hier Sehr schön Gott, ist das nur so ein weiter Weg Alter Votter, ey Alter Nicht normal So weit noch Fuck you Mö Mö Wie zum Boot Mö Wissen Sie nicht auch alle vornaben jetzt? So, ein bisschen Hilfe mitnehmen, aber ich hab sie besiegt, ey, es ist geil, so. Eigentlich ist das ganz cool, soll ich da hin? Ich glaub hier ist jeder gegen jeden oder so. Ach, dann müsste ich da hin, aber ich will mir erst mal das Leben bringen. Hier. Hab ich's doch gewusst? Das ist ein Geheimnis. Oh fuck. Ja, so guckt man auch den Klemmer. Ach so. Ja klar, jetzt ergibt das auch Sinn warum. Was ist das denn? Ah, okay. Also versteh ich's. Da hin? Kannst du ihn nicht aufhalten, wird die Erde nicht überlebt. Ich muss ihn aber aufhalten, da ist er ja auch schon. Ja komm, du kannst dich mal drauf gehen. Okay. Da seh ich auch noch. Sing. ... ... Das ist ein Koday. Sack! Oh, was haben wir denn hier noch? Ah ja, auf jeden Fall das Logbuch, das will ich noch haben. Ach, wie der Pinkie! Oh, komm mal, du bist hier in der Runde.